Hi Leute, heute mal ein Video außerhalb der Reihe, denn ja, ich habe mir vor einem Monat ungefähr die Vegan Box bestellt und ja, wenn ihr das nicht kennt, das ist sozusagen, also ihr bezahlt jeden Monat einen Festpreis und kriegt jeden Monat, ich glaube in der zweiten Kalenderwoche oder so, ein Paket mit verschiedenen Süßigkeiten, Kosmetikprodukten, ich weiß gar gar nicht wirklich was da drin ist, ja und ihr bezahlt eigentlich immer einen Preis, es gibt glaube ich zwei Größen, groß und klein, ich glaube die große hat 15 Artikel, ich weiß es jetzt nicht mehr, kostet 25 Euro und die kleine irgendwie 15 Euro, ich weiß nicht, schaut mal nach, ich packe den Link auf jeden Fall in die Videobeschreibung und ja, ich wollte es jetzt mal aufmachen und euch gleich mal daran teilhaben lassen, wenn ich wüsste wo. Ah, da unten, ok. Und sogar mit dem Zettel, was man alles bekommen hat, in deiner großen Vegan Box die Zettel sind wir 2013, ähm, ja, egal, gucken wir einfach mal rein. So, wir haben hier, äh, was ist das, ein Nougat-Train, ich kenne das übrigens von dem Vegan Zombie, der hatte das, ähm, letztens mal vorgestellt, halt aus Amerika und, ja, war ein bisschen blöd das aus Amerika jeden Monat hier herschirmen zu lassen, deswegen habe ich mal gesucht, ob das auf Deutsch geht, und tatsächlich gibt es das schon, meine Liebe, was ist das alles, äh, was ist das, ach, Schokoladenauftricht mit Haselnüssen, sizilianische Haselnüsse, mhm, ja, klingt gut. Ok, die Lochchok, die kennt ihr glaube ich alle schon. Paprika, Falafel, Fertigmischung, also es sind echt nicht nur Süßigkeiten, sondern auch schon richtig Sachen zum Kochen, das finde ich ja, finde ich cool. Kichererbsenschrot, bitte, 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 das ist cool, das gefällt mir. Ein Mandelriegel, sogar Tee ist hier drin, ne, Bio-Tee aus Rose, Kamille und Lavendelbütte, sehr schön für den Winter, wunderbar. Schikugeln, also Rohkost, Rohkost, ähm, mit angekeimten Sonnenlumenkernen und Chia-Samen. Oh, und Bio-Marone, das ist ja cool. Würde ich mir glaube ich, oder, würde ich mir glaube ich nie kaufen, weil die eigentlich immer so teuer sind. Geschillte und gerötete Maronen, wäre schlecht. Oh, was ist das? Ah, ok. Reggie-Snack-to-go, auch schon öfter gesehen, im Bio-Laden habe ich glaube ich nie gekauft. Und Benikos Body Cream, also Körper-Creme, Körper-Creme, Körper-Creme. Ja, cool, Mensch. Also ich habe echt gedacht, da sind größtenteils Süßigkeiten drin. Als ich das bei Vegan Zombie gesehen hatte, hat er glaube ich Gummibärchen, Schokoriegel, bla bla bla. Und was sind jetzt bloß? Zwei, drei süße Sachen und der Rest? Ok, vier. Na gut, vier süße Sachen. Ok, es ist vorhin recht viel süß, mit dem Aufstrich auch noch dazu. Aber egal, trotzdem, total cool. Vor allem gibt es wirklich jeden Monat was anderes. Also, ja, ich bin bei diesen Online-Vegan-Shops, also kaufe ich zwar gerne ein, wenn ich irgendwas brauche. Meistens, wenn ich mir Glutenmehl wieder kaufe, dann bestelle ich noch ein bisschen mehr, um den Mindestbestellwert voll zu kriegen. Ansonsten bestelle ich da eigentlich nicht. Und ich habe da meistens auch keine Lust, weil da echt so viel angeboten wird. Ich habe da keine Lust, mir da irgendwo alles durchzugucken und alles rauszusuchen. Deswegen würde ich solche Sachen oft auch gar nicht kaufen. Und deswegen finde ich es cool einfach, wenn ich jeden Monat was bekomme, was ich halt noch nicht kenne, was ich dann erstmal ausprobieren kann. Ja, finde ich toll. Wollte ich mal testen. Ja, mal gucken, ob ich das weitermache. Vielleicht nächsten Monat, wenn die wieder ankommt, dann mache ich nochmal ein Video davon. Ja, schauen wir mal. Okay, denn wenn es euch interessiert, wie gesagt, in der Videobeschreibung gibt es den Link zu der Veganbox. Und dann könnt ihr mal gucken, ihr könnt euch auch die kleine bestellen, wie ihr wollt. Ja, könnt ihr auf jeden Fall mal ausprobieren. Ja, dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschö.